Ja, liebe Leser, wir sind hier in der Nachrichtenredaktion des Westfalenblattes in einem historischen Abend. Die Bundestagswahl 2017 ist vorbei. Die Ergebnisse der Hochrechnung werden jetzt veröffentlicht. Und eins ist auch schon klar, die Regierungsbildung wird für Angela Merkel sehr schwer. Wir sind hier mit unserem Redaktionsleiter Ulrich Windolf. Ja, wie ist die Einschätzung zu diesem Wahlergebnis? Ja, ist keine Frage. Dieses Ergebnis der Bundestagswahl stellt einen historischen Einschnitt für dieses Landtag. Ja, sozusagen ein so starkes Abschneiden der AfD hatten wohl nur die allerwenigsten erwartet. Viele hatten es sicherlich auch befürchtet. Der grenzenlose Jubel auf der einen Seite ist begleitet von einer regelrechten Weltuntergangsstimmung. Die SPD auf dem historischen Tief, die CDU, CSU nahe dran. Ich glaube, heute Abend hat sich der Begriff große Koalition fürs Erste erledigt. Nicht nur, weil die SPD schon den Gang in die Opposition angekündigt hat, sondern auch, weil die beiden großen, einst großen Volksparteien es heute Abend gerade noch einmal auf knapp 53, 53,5 Prozent der Stimmen bringen. Das ist ein Desaster. Die große Koalition pulverisiert sich selbst. Und an einem solchen Abend ist das starke Comeback der FDP schon fast eine Randnotiz. Ja, wo wir bei der FDP sind. Die FDP ist natürlich auch als Koalitionspartner der Union gefragt, ebenso wie die Grünen. Die SPD hat eben relativ vollmundig und relativ frühzeitig eine erneute große Koalition ausgeschlossen, möchte mit dem Ergebnis lieber in die Opposition gehen und sich dort erneuern. Das bedeutet natürlich für Angela Merkel sehr, sehr schwierige Koalitionsverhandlungen, wenn sie auf eine Option reduziert wird und dazu gezwungen wird, dieses Jamaika-Bündnis zu bilden. Das ist einerseits politisch sehr spannend, weil es sozusagen vom ganz, ganz linken Rand der Grünen, also von der Antifa in Berlin bis zum rechten Rand der CSU, also der Burschenschaft in Bayreuth, sozusagen die ganze Gesellschaft abdeckt. Das ist ein riesiger Bogen, der da gespannt wird und man kann sich bei dem Ergebnis, das die CSU in Bayern erreicht hat, nämlich 38,5 Prozent, nicht vorstellen, dass Horst Seehofer da so einfach einem Bündnis zustimmt, mit dem Grüne und FDP einverstanden werden. Ja, Prognose für die nächsten drei Wochen bis zur Niedersachsenwahl. Gibt es bis dahin eine Bundesregierung? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen es mal schauen, aber wer hätte das gedacht? Vor Wochen ist geklagt worden, dieser Wahlkampf sei langweilig, es sei nicht spannend, es sei sowieso alles klar. So ist Politik, so spannend ist Politik. Man kann nur an alle appellieren, sich mehr für die Politik zu interessieren, sich einzubringen in die Prozesse. Ich glaube, wer vor ein, zwei Wochen noch gesagt hätte, Angela Merkel hat einen steinigen Weg vor sich, um wieder ins Kanzleramt einzuziehen, der wäre belächelt worden. Jetzt ist es so. Ihr bleibt genau eine Option. Sie muss sehr unterschiedliche Partner unter einen Hut bringen. Die CSU, die Grünen, die FDP, alle mit eigenen Interessen. Und das wird für uns sehr spannend sein, das zu beobachten. Und wir werden sie natürlich auf dem Laufenden halten. Nicht nur morgen mit unserer besonderen Ausgabe zur Wahl, sondern an jedem weiteren Tag auch. Herzlichen Dank. Tschüss, liebe Leser.